Liebe Zuschauer, Zuschauer, willkommen bei Sie haben die Wahl. Im Live-Interview zur Oberbürgermeisterwahl am 15. April stellen wir Ihnen heute Dr. Thomas Nietzsche vor, den Kandidaten der FDP. Herr Nietzsche, willkommen im Jena-TV-Studio. Sie sind 42 Jahre alt, von Haus aus Politikwissenschaftler. Sie sind der Kreisvorsitzende der FDP und Stadtrat. Die erste Frage lautet natürlich, warum treten Sie zu dieser OB-Wahl eigentlich an? Wobei, ein bisschen beantworten Sie die ja auch selbst. Sie haben sich vor Jahren schon die Internetadresse obi-jena gesichert. Ganz so lange ist es noch gar nicht her. Das ist eigentlich erst ein halbes Jahr vor Januar, als wir dann angefangen haben, Wahlkampf zu machen. Ja, ich habe schon mal kandidiert. Diesmal trete ich an, weil ich den Wechsel will, weil ich gestalten will, weil ich der Stadt was zurückgeben will. Das kann ich ja als einzelner Stadtrat auch schon tun. Deswegen bin ich im Stadtrat. Aber ich komme eben immer öfter an die Grenze dessen, was möglich ist, wenn ich gestalten will. Das würde ich gerne aus der Position des Oberbürgermeisters tun, weil man da noch unmittelbarer an den Themen dran ist. Und tatsächlich nicht nur, wie ich als Oppositionsstadtrat immer mal eine Kleinigkeit verändern kann, sondern die große Linie vorgeben kann. Das würde ich gerne tun. Sie haben das selbst gesagt. Sie haben schon mal vor sechs Jahren kandidiert. Und dann, da waren Sie unter sieben Kandidaten der Letzte. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Was haben Sie aus diesem Wahlkampf gelernt? Was machen Sie anders? Damals war die Gemengelage, glaube ich, eine ganz andere. Einmal war die FDP als Partei wirklich im Keller. Man hat bei uns vor dem Infostand ausgespuckt und ist wieder gegangen. Das ist jetzt nicht mehr so. Und ich war auch nicht bekannt damals. Das war die Erstkandidatur, um den Namen mal ein bisschen rauszuhängen, das Gesicht zu zeigen. Und es war völlig klar, dass ich da nichts zu gewinnen habe. Dass ich Letzter geworden bin, hat wehgetan. Aber ich glaube, diesmal sind die Karten ganz anders gemischt. Auf Ihrem Plakat steht der Oberbürgermeister für Jena. Das ist eine klare Kampfansage. Und Sie haben ganz, ganz viele Termine in den vergangenen Tagen schon hinter sich. Was erleben Sie? Mit welchen Problemen kommen die Bürger zu Ihnen? Also zunächst mal scheint mir die Stimmung sehr, sehr gut zu sein. Man weiß ja vorher nie genau, wie das am Ende dann ausgeht. Aber die Rückmeldungen, die ich kriege, wenn ich mit Leuten am Infostand rede oder wenn ich Termine in Vereinen mache, die sind eigentlich sehr, sehr eindeutig. Die Frage, die sich mir dann immer im Hinterkopf stellt, ist, wie breit trägt das? Geht das bis tief in die Masse rein? Erreicht das auch die Leute, die jetzt nicht so medienaffin sind und die eher so privat ihr Leben leben? Aber ich habe den Eindruck, hier geht wirklich was und der Wechsel ist möglich. Sie sagen, in Ihr Wahlprogramm sind auch viele Ideen von Bürgern eingeflossen. Wenn man das ein bisschen auf den Punkt bringt, würde ich Sie gerne fragen, ein OB Nietzsche steht für? Die große Linie für Wachstum, das die Stadt braucht und auf eine Art und Weise, das wird dabei niemanden vergessen und alle mitnehmen. Dafür stehe ich. Das sind jetzt nicht die Themen, die von den Bürgern an mich herangetragen worden wären, aber das wäre die Linie, die ich gerne fahren würde. Bürgerwünsche sind meistens eher Detailfragen. Ein Thema, das ich aufgegriffen habe und auch zum Wahlkampfversprechen gemacht habe, ist das Thema Hundetoiletten. Von Eltern, die das mit Kindern haben, das Problem, ist es an mich herangetragen worden und ich glaube, da sollten wir einen neuen Anlauf machen. Es gab ja schon mal einen und man hat dann abgebrochen, weil man vor dem Vandalismus kapituliert ist. Das ist so ein Ding, was ich tatsächlich vorher nicht im Programm hatte und von Bürgern mitgenommen habe. Kommen wir zu dem Thema Kitas und Schulen. Sie sagen, da muss die Knappheit unbedingt beendet werden. Wie würden Sie das anstellen? Also das gilt für ganz viele Bereiche. Vielleicht tangieren wir die dann auch noch. Aber Kita und Schule, da würde ich es so machen, im Bereich Kita, glaube ich, ist die Berechnung, wie wir den Bedarf berechnen, nicht mehr so, dass sie die Realität abbildet. Wir haben das vor einigen Jahren, knapp zehn Jahren, so eine Formel aufgestellt, wie das funktionieren kann. Das ging lange sehr gut. Inzwischen aber bildet sich da wie so eine Dunkelziffer. Und wir merken gar nicht, wie viele Leute eigentlich ganz gern noch ihr Kind in der Kita hätten oder in der Kita, wo ihr Geschwisterkind schon drin ist. Und das bildet diese Formel nicht mehr ab. Deswegen würde ich den Prozentsatz, der da quasi geschätzt wird, langsam nach oben ziehen. Bei den Schulen ist es ein bisschen anders. Da ist mein Ziel, dass wir sehr schnell dahin kommen, dass wir uns noch einen dritten neuen Schulstandort vornehmen. Wir bauen ja jetzt gerade in Jena-Ost eine. Die zweite wird sehr wahrscheinlich in Lobeda-Ost entstehen, da wo jetzt immer Ausweichstandort war. Und wir brauchen quasi sofort eine dritte, um dann den Bedarf abzubilden, den Zeiss und alles, was damit zusammenhängt, noch bringt. In welchem Zeitrahmen und wie könnte da die Finanzierung sein? Weil zum Schulstandort am Jensigweg heißt es ja jetzt plötzlich, da sei nicht genug Geld geflossen. Man könnte nicht tausend Schüler unterbringen. Und das liege ganz einfach daran, dass 24 Millionen nicht reichen. Das ist Teil des Problems. Ich habe das nachträglich dann auch, aber da kann man es nicht mehr ändern. Das war alles schon so weit gegangen, auch kritisiert. Aber es ist nun mal so. Wir wussten mit dem Schulnetzplan in der letzten Legislatur, dass wir sieben neue Klassen brauchen. Da war Zeiss noch nicht dabei. Sieben Klassen pro Jahr, das würde heißen, zwei Schulen. Eine drei-, eine vierzügig. Und man hat damals nicht die Kraft gehabt, mehrheitlich zwei Schulen zu bauen. Hat sich auf die eine geeinigt. Kompromiss, wir bauen die ein bisschen größer, fünfzügig. Und später erfahren wir Stadträte dann, dass entgegen dem Beschluss die Realisierung nur drei Züge sind. Das heißt, wir brauchen sofort wieder vier und jetzt kommt eben noch Zeiss dazu. Die Finanzierung, das ist auch, reden wir über eine neue Schule, muss auch finanziert werden. Die Grundsatzfrage, Entschuldung weiter vorantreiben oder Investitionen auch durchaus mit Krediten absichern. Das Entschuldungskonzept, das wir haben, sieht ja Kredite vor, nur dann, wenn sie rentierlich sind. Also wenn man absehbar das wieder reinkriegt als Stadt. Bei Schulen läuft das ein bisschen anders. Da kommt natürlich nichts rein, aber das ist nun wirklich absolute Pflichtaufgabe. Es ist schade, dass wir in Jena-Ost nur drei Züge unterkriegen, aber das ist zumindest finanziert. Ich hoffe, dass nicht noch irgendwelche Überraschungen kommen. Und der zweite neue Schulstandort in Lobeda-Ost ist ja quasi nur Umbau. Da steht ja schon eine Schule. Insofern, kein Neubau wird vielleicht günstiger, als ein Neubau wäre. Und die dritte, da müssen wir erstmal den Standort finden und auch das muss finanziert werden. Ich glaube, dass wir, wenn wir den Haushalt insgesamt angehen, wenn wir ein bisschen mehr Disziplin bei den laufenden Kosten entwickeln, das ist in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen, dann sind wir auch in der Lage, mehr zu investieren. Investition ist ja immer nur einmal. Wenn man über mehrere Jahre laufende Kosten ansparen kann, hätte man das irgendwann beieinander. Konkret, an welchen Stellen sollte gespart werden? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich versuchen würde, im unmittelbaren OB-Bereich wieder dahin zu kommen, wo es unter Rölinger mal war. Da war der relativ schlank aufgestellt und ist danach sehr stark angewachsen. Ich glaube, da kann man einiges wieder abbauen, ohne die Funktionsfähigkeit der Kernverwaltung und der Verwaltungsspitze zu gefährden. Der OB hat neulich mal widersprochen und dargestellt, wie wenige Leute es denn tatsächlich wären und die brauchen alle. Ich glaube, da ist schon ein bisschen Spielraum drin. Und Personal ist immer der Kostenfaktor Nummer eins. Deckt sich das auch mit dem Stadtratsbeschluss, Stellen abzubauen in der Verwaltung, der meiner Meinung nach gar nicht umgesetzt wird? Da haben wir uns bei dem Podium des Stadttelternbeirats Kita gestritten, weil mir es nicht mit diesen zehn Stellen jedes Jahr darum geht, Kita-Arzieher abbauen zu müssen. Das ist aber da so ein bisschen angedeutet worden, als wäre das quasi die Konsequenz dessen. Dagegen hätte ich was. Also an der Stelle nicht. Es geht um Verwaltung. Ja, Kernverwaltung. Kernverwaltung. In Jena stehen ja viele Großprojekte an. Stadion, Bibliotheksneubau, Inselplatz, Eichplatz, Schwimmhalle und und und. Über die Schwimmhalle können wir dann vielleicht auch noch mal reden. Übernimmt sich die Stadt in den kommenden Jahren oder ist das eine folgerichtige Entwicklung planerischer Prozesse in der Vergangenheit? Ich glaube, wir haben in den letzten zehn, zwölf Jahren zu wenig investiert. In die Infrastruktur beim Verkehr, sowieso vielleicht kommen wir da noch drauf. Und auch ansonsten bei dem Volumen, das unser Haushalt hat, glaube ich, wäre mehr drin gewesen. Und jetzt ist quasi der Stau da und wir müssen nachholen. Wenn wir jetzt merken, ach, die Brücke da oben an der Tazenpromenade, wo es heiß machen will, ist kaputt und wir können sie nicht reparieren wegen Geld. Wenn wir merken, wir können diese Kleingartenanlage in Tragendorf nicht erschließen wegen Geld, haben aber den Kleingärtnern an anderer Stelle schon gesagt, ihr müsst weichen. Das sind so Probleme, wo ich sage, uh, da müssen wir nachsteuern. Sie sagen, und das klingt teilweise richtig hart, die derzeitige Verwaltungsspitze, und dann zitiere ich Sie auch, sei geneigt, das dicke Ende eines Problems nach hinten zu verlagern. Man müsse aber mit schwierigen Themen gleich rauskommen. Können Sie dafür Beispiele nennen? Ja, wahrscheinlich ist das große Beispiel Eichplatz. Eine Entscheidung, vor allen Dingen komplexere Entscheidungen, wo Widerstand zu erwarten ist, wo Probleme zu erwarten sind. Da wäre mein Ansatz immer das dicke Ende an den Anfang. Ich glaube, das habe ich auch 2012 schon so gesagt. Das dicke an den Anfang im Sinne dessen, was ein Wissenschaftler tut mit seiner These. Stellt eine These auf und versucht selbst, nach Kräften sie zu widerlegen. Und erst wenn das nicht geklappt hat, dann ist sie quasi, quasi bewiesen. Was man nicht beweisen kann, kann man so beweisen. Und ich glaube, das Vorgehen von Verwaltung sollte ähnlich sein. Den Bürger früh auf die möglichen Probleme hinweisen. Auch die Stadträte, die in vielen Dingen ja auch leiden sind, früh auf die möglichen Probleme hinweisen und das nicht verstecken. Das Gegenteil ist Salamitaktik oder Überrumpelungstaktik oder beides. Und das passiert mir leider zu oft. Wir kriegen als Stadträte oft mit 14 Tagen Vorlauf Entscheidungen präsentiert, wo es dann entweder heißt, na ihr habt doch damals dem Weichenbeschluss schon zugestimmt, jetzt müsst ihr den auch fassen. Da wäre mein Ansatz, nein, möglichst nach vorn und den Kampf am Anfang führen. Und dann, wenn man den hat, dann geht es relativ leicht. Man wird auch dann nie alle haben. Aber man kann dann immer mit gutem Grund sagen, ihr hattet eure Gelegenheit am Anfang des Prozesses, jetzt lauft bitte auch mit. Das ist auch Bürgerbeteiligung. Genau, über Bürgerbeteiligung reden wir auch noch. Haben Sie dafür noch andere Beispiele? Bei der Eichplatz ist ja sozusagen zu einem besseren Ende geführt. Aber andere aktuelle Beispiele? Ein aktuelles Beispiel wäre, was man mit der Bibliothek, mit der Ans-Alpe-Bibliothek macht. Gute Sache. Auch dieser Komplexbeschluss, wo Volkshaus ja mit drin hängt und der Umzug und Bürgerservice, alles mit rein. Alles schön, kostet viel Geld, ist nötig und plötzlich merken wir, dass in den Kosten für das ganze Vorhaben irgendwo noch eine Million, anderthalb Millionen Kosten stehen, die überhaupt nichts mit Gebäuden zu tun haben. Wo uns Stadträten gegenüber immer argumentiert wurde, die Bibliothek braucht mehr Platz, muss sich vergrößern, deswegen kostet das Geld. Und jetzt auf einmal kommt das so durch die Hintertür über eine Million, was am Ende nur Personalkosten sein kann. Wo es um die Betreibung geht und ein Aufsatteln bei jener Kultur. Genau. Und dagegen muss man ja gar nicht unbedingt was haben. Wenn die mehr Aufgaben haben wollen, dann brauchen sie auch mehr Personal. Aber das ist uns nie gesagt worden. Und wir haben oft gefragt, also man kann sagen, das ist uns verschwiegen worden und kommt jetzt durch die Hintertür. Und das ist das, was ich meine. Da kommt dann noch ein dickes Ende nach, dass wir jetzt mitschlucken müssen, weil wir ja nicht den Beschluss in Gänze gefährden können. Das meine ich. Thema Bürgerbeteiligung, Bürgerhaushalt. Wie wichtig wäre der für Sie als Oberbürgermeister? Der ist wichtig. Aber ich glaube, bei der Diskussion um Bürgerbeteiligung wird immer der Fehler gemacht, dass man in Quantitäten denkt. Mehr Bürgerbeteiligung. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, richtig Bürgerbeteiligung zu machen. Wie macht man es denn? Und was ich eben versucht habe zu skizzieren, ist ja quasi so was. Ich behaupte mal, kaum ein Bürger kann eine Planzeichnung lesen von so einem Bebauungsplan. Ich auch nicht. Und dann muss man eben früh hergehen und das den Leuten erklären. Die Linie bedeutet das. Das sind die berühmten Auslegungsbeschlüsse, die dann jemand einsehen kann und Einwände formulieren kann. Genau. Man kriegt die Zeichnung, man kriegt einen Text dazu und dann kann man da Zustellung nehmen. Aber wie soll das ein Bürger machen, wenn man es ihm nicht erklärt hat? Und dann haben wir sowieso auch das Problem, dass Bürger, sagt Politik, in der Regel erst dann wach werden, wenn es konkret vor der Haustür losgeht. Und dann sind die Planungsprozesse schon durch. So stelle ich mir eigentlich Bürgerbeteiligung vor, dass man das am Anfang versucht, wirklich mit aller Kraft zu erklären und auch verständlich zu machen. Wieder Stichwort Eichplatz. Da ist ja die Stimmung dann gekippt am Hubsteigertag. Als dann in der Landschaft die Dinger standen und man sehen konnte, oh, so hoch ist das. Da kippte das dann. Und das müsste man im Prinzip vorziehen. Dass man einlädt zu Bürgerversammlungen, das versucht zu erklären. Experten erklären, Laien, was haben sie sich darunter vorzustellen. Und dann kann man das Verfahren durchlaufen lassen. Das wäre auch die Ansage eines Oberbürgermeisters an seine Verwaltung, dass das zu leisten ist? Ich will auch gar nicht behaupten, dass das nicht gemacht wird. Aber es kommt schon immer noch, auch uns Stadträten gegenüber, Salamitaktik mit unter oder dann eben Überrumplung. Ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit. Wir Verwaltung haben ein halbes Jahr geplant und ihr Stadträte habt zwei Wochen Zeit, um das zur Kenntnis zu nehmen, zu verstehen und im Zweifel eure Einwände zu bringen. Kommen wir zum Straßenverkehr. Das ist ja ein Lieblingsthema. Sie sagen, die Staus beginnen im Rathaus. Was meinen Sie damit? Das ist nicht nur mein Lieblingsthema, sondern es ist, seitdem ich das Thema ungefähr 2014 angefangen habe zu spielen, ja auch zu einem der Themen im Wahlkampf geworden. Und ich sehe mit großer Zufriedenheit, dass inzwischen alle Kandidaten sagen, da muss was passieren. Also das Thema ist da. Ich will mal anfangen. Der letzte Verkehrsentwicklungsplan, den wir hatten, war von 2002, da ist er beschlossen worden. Und er hatte als Planungshorizont 2014 im Auge und war ausgegangen von einer Bevölkerungszahl in 2014 von 93.000. Hat also Schrumpfung angenommen und hat trotzdem ein gutes Dutzend Maßnahmen definiert, die zu machen seien, wo Straßen neu gebaut werden, Straßen breiter dimensioniert werden und, und, und. Nichts davon ist passiert. Und wir sind nicht um 7.000 geschrumpft, sondern um 7.000 gewachsen. Daher kommt das, dass es überall klemmt. Zweiter Gedanke ist, die Verkehrsplanung der letzten Jahre ist immer davon ausgegangen, wir müssen die Autos aus der Innenstadt raushalten. Und alles, was sich davon ableitet, dann muss man auf der Schnellstraße pförtnern, also keinen kontinuierlichen Verkehrsanstrom auf die Innenstadt, aus der Angst, man kriegt die ja gar nicht unter und verteilt in der Innenstadt. Alles folgerichtig, aber die Grundprämisse ist falsch. Mein Ansatz wäre, wir müssen die Leute ins Zentrum lassen. Ich mache sehr, sehr gerne eine oberirdisch autofreie Innenstadt, damit es schön ist, flanieren, sitzen, Kaffee trinken, einkaufen gehen, aber die Leute müssen hinkommen, bis unmittelbar rein. So tickt der Mensch nun mal, der will bis nah ran. Und dann muss man Tiefgaragen drunter machen, unter den Eichplatz, eigentlich auch unter den Inselplatz, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, damit die Leute von dem Stadtring, den man noch schließen müsste, unmittelbar abtauchen können und dann drinnen im Fahrstuhl nach oben und dann shoppen gehen können. Gut, das sind die Autofahrer. Ich gehe davon aus, dass Sie auch die Radfahrer im Blick haben, weil man sie ja auch mit dem Rad in der Stadt sieht. Genau, das ist der dritte Gedanke. Wir brauchen im Prinzip für jede Verkehrsart Kfz, Fahrrad, auch Fußgänger, da ist es ein bisschen anders, und ÖPNV ein definiertes Hauptnetz. Die drei, vier Trassen oder Achsen, wo wirklich diese Verkehrsart absolute Priorität hätte. Das wäre für mich für den Autoverkehr Nord-Süd, Stadtrodaer Straße, Wiesenstraße kann man sich vorstellen, Ost-West ist auch klar, von Eisenberg nach Weimar rüber und der Innenstadtring. Das reicht schon fast. Noch eine Spange zum Beutenberg von Burgau rüber, dann hat man es, mehr ist es nicht. Und für den Radverkehr genau das Gleiche. Nord-Süd-Richtung, Ost-West-Richtung, man muss gut in die Innenstadt reinkommen und gut durchkommen. Und dann muss man sich irgendwann mal entscheiden, zum Beispiel von Ost nach West, wo legen wir die Trasse denn lang? Durch die Johannisstraße gibt es Ärger mit den Fußgängern, durch die Kollegiengasse wäre, glaube ich, besser. Aber man muss sich entscheiden. Solange das schwebt, kriegen wir das Konfliktpotenzial nie weg. Wie sieht denn überhaupt die Mobilität der Zukunft aus? Auch vielleicht mit Blick auf die Schiene aus Ihrer Sicht. Was muss Jena da auch noch für Anstrengungen unternehmen? Also wir müssen das Straßenbahnnetz so weit erweitern, wie es Sinn macht. Das heißt, nach Zwetzen raus ist gut, dass man das macht. Nach Vogau in die Richtung raus sollte man auch noch was machen. Und zum Beutenberg sollten wir unbedingt auch eine Trasse legen. Ist nicht ganz einfach, geht aber, weil die Verkehrszahlen da hoch mit dem Bus zu machen, ist eigentlich Quatsch. Und man müsste überlegen, dass man tatsächlich auf den Gleisen der Deutschen Bahn so eine Art S-Bahn-System hinkriegt. Mit Kamburg rein in die Stadt, Kala rein in die Stadt, bis Hermsdorf rüber, dass man pendeln kann, genau. Aber ich sage auch, wenn man das alles gemacht hat, wird trotzdem immer der Bedarf an individueller Mobilität bleiben. Und auch an motorisierter. Das heißt, es wird auch dann immer noch Autos geben. Ob die elektrisch fahren, ob die autonom fahren, ob das alles Uber macht, ist mir völlig wurscht. Aber es wird Autos geben, in denen man sitzt und die sich auf einer Straße bewegen. Also autofreie Innenstadt gibt es mit Ihnen als Oberbürgermeister nicht? Oberöntisch autofrei. Das Jahr. Kommen wir zur Wohnungsbaupolitik. Kritisieren Sie auch die momentane Lücken- und Geschossbebauung, auch Kleingartenbebauung? Das Umland will Eigenheimstandorte ausweisen. Jena sagt nein. Sogar in einem Ortsteil sagt Jena nein. Wie sieht denn das Bauen der Zukunft in Ihren Augen aus? Wo könnte man in Jena Bauland erschließen? Also ich glaube, wir müssen beides machen. Im Moment sind wir ja unterwegs auf der Schiene. Wir machen Nachverdichtung, Lückenschluss und Nachverdichtung. Ich glaube, das kommt irgendwann an sein natürliches Ende. Wir merken ja auch, dass wir mit jedem Projekt Riesenprobleme haben. Einerseits würde ich mir da mehr konsequent der Stadträte wünschen, mehrheitlich dann so ein Projekt auch mal fertig zu machen. Aber andererseits sage ich, so lösen wir unser Problem nicht. Zumindest nicht nur so. Was für Beispiele ist das Burgau oder was haben Sie da gerade im Blick? Im Moment ist es das an der Karl-Liebknecht-Straße, was vergleichsweise glimpflich lief, weil die Kleingärtner dort gesagt haben, ja okay, wenn ihr uns Ersatz anbietet, dann können wir dort weichen. Aber dann haben wir wieder das Problem, dass in Tragendorf die Ausweisfläche noch gar nicht da ist, weil das Geld für die Investition fehlt. Aber das sind so Sachen. Aber was man unbedingt machen muss, sind zwei Dinge. Das eine hat die Verwaltung auch schon vor, nämlich den Flächennutzungsplan zu ändern. Da sage ich, da muss massiv mehr Bauland ausgewiesen werden innerhalb der eigenen Grenzen. Wir haben einige Bereiche auch, denkt man gar nicht viel Wald, an den können wir nicht ran, aber viel Ackerfläche auch. Wenn ich denke, zum Beispiel zwischen Talstein und Kunitz, die Strecke, nicht unten am Fluss, da ist Überschwemmungsgebiet, aber weiter oben am Hang kann man was machen. Nicht komplett zuklatschen, das geht wegen Klima nicht, aber da ist viel Fläche, da kann man noch Wohnen unterbringen. Aber auch dann schaffen wir es nicht allein. Wir brauchen das Umland dazu. Und das ist der Ansatz, wo ich mich zu Beginn des Wahlkampfes, glaube ich, von allen anderen Kandidaten unterschieden habe. Und inzwischen sind doch alle erkennbar, auch auf die Richtung eingeschwenkt, Kooperation mit dem Umland, beim Wohnen ganz besonders. Ich würde ja gern so weit gehen, dass wir in allen Aufgaben, die eine Gemeinde und einen Landkreis so zu erledigen haben als Verwaltung, gemeinsam das machen. Das ist aber beim Thema Umland auch ein Lieblingsthema von Ihnen. Sie sind ja ein Streiter für einen Regionalkreis, Jena, Saale, Holzland. Können Sie erläutern, was das bedeutet, ein Regionalkreis? Das ist am Ende fast nur, in Anführungszeichen, ein juristischer Kunstgriff. Das haben wir uns abgeschaut in Niedersachsen. Hannover als Landeshauptstadt macht das und Göttingen. Das wäre unser Vergleich. Da definiert man in der Kommunalordnung, könnten wir ja auch in der Thüringer Kommunalordnung, dass die Stadt Göttingen kreisfrei ist, aber in manchen Dingen auch wie kreisangehörig behandelt wird. Das heißt, es wäre nicht die Einkreisung Jenas und es wäre auch nicht die Eingemeindung des Landkreises nach Jena, sondern es ist ein Gebilde seiner Art, eigener Art. Mit Eigenständigkeiten. Genau und man definiert dann für jede Aufgabe, die eine Gemeinde oder ein Landkreis so hat, wer sie macht. Also entweder Jena für beide oder der Landkreis für beide, jeder für sich oder kann man alles machen. Muss man ausdefinieren. Schulnetz wäre eine Sache, die könnte man zusammen machen. Nahverkehr sind wir ja schon so weit, dass es fast die Fusion da ist. Mit dem einen Geschäftsführer, der beide Betriebe leitet, könnte man eine echte Fusion draus machen. Und da gibt es ein paar Aufgaben, die gemeinsam besser gehen würden. Andere wieder alleine besser, wo es die unmittelbare Ortskenntnis braucht. Nur man muss es definieren. Und dann macht man ein Umlagesystem im Hintergrund, so wie es der Landkreis schon kennt. Wir als kreisfreie Stadt nicht, weil wir so ein bisschen beides sind. Dass dann an den Landkreis Umlagen gezahlt werden. Und der nimmt dann die Aufgaben wahr. Und da wäre Jena dann eine Stadt wie Stadt Roda, Eisenberg im Landkreis, nur eben viel größer. Und bliebe aber Oberzentrum. Das ist der Punkt. Da hat der Amtsinhaber so eine große Angst davor. Regionalkreis hieße ja Verzicht der Kreisfreiheit. Nein, hieße es nicht. Kommen wir zu den eingemeindeten Ortschaften. Welchen Stellenwert haben die denn in ihrem politischen Denken? Wird die Stimme gehört oder müsste da mehr gehört werden? Ich glaube, sie sollten ernster genommen werden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Effekt, dass die Ortsteilräte sehr, sehr viel Mitsprache schon haben, gehört werden. Und dass wir dann manchmal bei schwierigen Entscheidungen eher den Effekt haben, dass sich Stadträte hinter dem Votum des Ortsteilrats verstecken. Wo ich auch im Stadtrat schon mal gesagt habe, weil da kam dann so ein Kritik, ihr könnt doch nicht über das Votum des Ortsteilrates hinweggehen im Stadtrat. Doch, das kann man. Man darf es nur nicht leichtfertig tun. Der Souverän ist der Stadtrat. Das Votum eines Ortsteilrates ist beratend und muss zur Kenntnis genommen werden, angemessen zur Kenntnis genommen werden. Und man darf nicht leichtfertig drüber weggehen. Wenn es aber gewichtige Überlegungen dagegen gibt, muss der Stadtrat auch fähig und in der Lage sein, mal so ein Votum nicht zu ignorieren, sondern zu übergehen. Dann aber, sage ich auch, solange zum Beispiel beim Nahverkehr, bei der Grünpflege und so weiter die Ortsteile noch bitte, bitte, bitte sagen müssen und betteln müssen für einen guten Takt im Nahverkehr, würde ich Ideen von einem kostenfreien Nahverkehr immer weit, weit, weit an die Seite schieben. Erstmal muss es funktionieren. Und das ist nun mal ein Problem, wenn die Entfernung dazu kommt und dann doch vergleichsweise wenige Leute dort wohnen, dann ist es ein Zuschussgeschäft. Und dazu muss man dann bereit sein als Stadt. Die gehören dazu, die Ortsteile. Bei dieser Oberbürgermeisterwahl, anderes Thema, können erstmals Jugendliche, 16- und 17-Jährige wählen, den OB wählen. Wie finden Sie das? Ich finde das gut. Also ich habe schon immer bei früheren Wahlen, Bundestags-, Landtagswahlen, wo ich auch als Kandidat unterwegs war, Veranstaltungen gehabt, die speziell von Jugendlichen organisiert worden sind, auch in Schulen teilweise. Und das waren in aller Regel die Veranstaltungen, wo die Kandidaten am intensivsten gegrillt worden sind. Also von wegen politisch uninteressierte Jugendlichen ist Quatsch. Das ist ganz großer Quatsch. Die Jugendlichen, die stellen viel, viel gezielter Fragen, bringen auch ihre Interessen viel, viel gezielter auf den Punkt, als das in vielen anderen Podien der Fall ist. Dann habe ich gleich was für Sie. Wir haben Fragen von Schülern der Steuerschule. Ah ja, da war ich zum Beispiel bei so einem Format. Da können wir gleich ein paar Fragen an Sie loswerden. Zum Beispiel Erik 18. Wie kann man Politik für Jugendliche attraktiver machen? Das ist, indem man die Hemmschwellen senkt, würde ich sagen. Jede Partei hat Vorfeldorganisationen, Jugendorganisationen. Und ich weiß noch aus dem eigenen Erleben und seitdem ich dann aktiv dabei bin, wenn neue dazukommen, wie hoch die psychologische Schwelle ist. Ich hänge mich jetzt bei einer Partei rein. Ich mache jetzt Politik. Ich kann mich selber noch sehr gut erinnern, wie spät ich von mir selbst gesagt habe, jetzt bin ich Politiker. Das kam ganz, ganz spät. Und ich glaube, diese Hemmung abzubauen, dass da eigentlich die Hürde gar nicht so hoch ist, das ist das Beste, was man machen kann in Richtung Jugendliche. Also niedrigschwellige Angebote machen, sich einbringen zu können. Einfach mal einladen, ich kenne einen, komm doch mal mit und guck es dir an. Ich glaube auch ein Thema für Sie. Shenja fragt, wie soll die Digitalisierung in Jena passieren? Oh, das ist eine sehr komplexe Frage. Da sagen viele Breitband und dann ist für viele das Ding schon zu Ende. Schon durch. Es ist viel, viel mehr. Also wenn man zum Beispiel in die IT-Branche fragt, die wünschen sich nicht nur Breitband, sondern eine dicke Leitung. Also da, wo eine ganze Stadt dann am Ende auch angebunden sein kann, die wir so im Moment nicht haben. Internet of Things, solche Sachen. Steuerung, intelligente Verkehrssteuerung. Das ist die Müllabfuhr über App, haben wir im Prinzip schon und diese App kann man viel, viel weiter ausbauen. Verwaltung, Verwaltungsabläufe, dass man die komplett elektronische Akte hat, für die Dinge, wo es nicht höchstpersönliche Anwesenheit braucht. Das könnte man machen, sollte man machen. Aber da sind wir auch gar nicht schlecht. Wenn man da Jena mit Erfurt vergleicht, sind wir glaube ich schon ziemlich weit. Hier nochmal die Frage von Beate. Wird es künftig bezahlbare Wohnungen in Jena geben? Da kommen wir vielleicht nochmal zum Thema sozialer Wohnungsbau. Sozialer Wohnungsbau halte ich für das falsche Instrument. Ich teile das Motiv, das man damit verfolgt, aber ich glaube, dass es zumindest in der Menge nicht zielführend ist. Es ist ein Zuschussgeschäft immer und am Ende bauen wir ja nicht selber die Wohnungen, außer das, was Jena Wohnen baut. Aber die sind auch eher im Bestand dabei, sondern es müssen Private machen. Und für Private muss es sich rechnen. Und dann, wenn man alles so Energieeinsparverordnungen hat und so, man kann nicht mehr wirklich super billig bauen. Da müsste erstmal im Bund ein bisschen das Rad zurückgedreht werden. Insofern ist der Ansatz hauptsächlich, mehr Wohnraum zu schaffen. Unser Problem in Jena ist ja vor allem, dass der Markt halt als Markt funktioniert, ganz brutal, der so knapp ist, der so einen Nachfrageüberhang hat, dass die Preise durch die Decke gehen. Und das geht durch alle Segmente, auch durch den eher sonst niedrigpreisigen Wohnraum. Wenn wir hier Entspannung schaffen, also im Prinzip wieder Regionalkreis, in Jena Druck vom Kessel lassen, gleichzeitig dadurch im Landkreis das demografische Abrutschen verhindern, dann hätte man es geschafft. Viel mehr Wohnungen bauen, Angebot hoch und dann nivellieren sich die Mieten langsam wieder ein. Sarah fragt, was tun Sie gegen Armut in Jena? Das ist Sozialpolitik. Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht zwischen die Mühlsteine kommt. Viel davon spielt sich auf Bundesebene ab. Also alles, was Hartz IV und Sozialgesetzbücher, die verschiedenen sind, haben wir hier kaum im Griff. Das wird verwaltet, das wird sehr gut verwaltet, bei Jena Arbeit zum Beispiel. Aber da ist die Stadt im Wesentlichen raus. Was wir machen können, ist Förderung für Vereine, die sich um die Belange sozialbedürftiger kümmern. Aber unmittelbar Sozialpolitik zu machen, da sind wir als Stadt dann auch schnell an der Grenze, wo wir uns überheben. Also wir sind in den letzten Jahren schon oft auch als Ausfallbürger quasi eingetreten für Dinge, die der Bund nicht tut oder Dinge, die das Land nicht tut. Schülerbeförderung zum Beispiel, wo bis zum zweiten Kilometer der Schulweg frei ist und die Stadt sagt, wir machen es bis zum dritten und den bezahlen wir. Das sind Dinge, die die Stadt machen kann, aber da muss ich wirklich sagen, da darf man sich nicht überheben, weil das sind jährliche Kosten. Davon hatten wir es ja vorhin. Dann bleibt für die Investitionen, für die Einmalkosten nicht so viel übrig. Da braucht es Disziplin. Wer da mehr will, muss eher in Berlin an die Tür klopfen. Gut gesagt. Vielleicht nochmal eine Frage aus der Lugdeburg-Schule. Breitensport. Wie würden Sie den mehr fördern? Mir schwebt vor, das ist auch eine der Forderungen in meinem Kurzprogramm, dass man das, was wir im Moment im Bereich Kultur schon machen, überträgt, auch auf die Bereiche Jugend, Soziales, Sport. Dass man neben den Angeboten, die es jetzt gibt, also im Jugendbereich wäre das der Jugendförderplan, dieses eine große Papier, was jedes Jahr oder jedes zweite Jahr beschlossen wird, so und so viel kriegt jeder Verein. Dass man parallel zu diesem einen zweiten Ring etabliert, einen zweiten Förderring, weil diese zentralen Förderinstrumente über die letzten Jahre alle den Effekt hatten, dass es immer weiter konzentriert wurde auf die großen Angebote. Und für Kleine wird es immer schwerer reinzukommen oder drin zu bleiben. Deswegen würde ich da einen zweiten Ring einführen, der neue und oder kleine Projekte und Vereine gezielt fördert. Dann nicht zwingend ewig, sondern eher so als Anschubfinanzierung, aber ich glaube, das wäre für viele schon ein wichtiger Asterschritt. Mit einem festen finanziellen Rahmen oder? Ja, es müsste ein Budget geben. So ist es im Kulturbereich gemacht. Ich glaube, da ist es auf 200.000 im Jahr gedeckelt im Moment. So ähnlich müsste man das dort auch machen und man müsste auch schauen, dass eben sich die Vereine und Projekte dann irgendwann verselbstständigen. Sonst hat man den gleichen Effekt wieder. Wie viel das am Ende sein kann, muss man aushandeln, ist eine politische Frage. Wie viel ist man bereit, da zu investieren? Aber das wäre das Modell. Wir kommen zum Schluss, Herr Dr. Nietzsche. Wir haben es ja schon gesagt, Sie haben vor sechs Jahren schon mal kandidiert. Welche Chancen sehen Sie denn in diesem Jahr? Oh, ich bin diesmal ziemlich guter Dinge. Man muss immer ein bisschen aufpassen, inwieweit man in der eigenen Echokammer unterwegs ist. Man hat ja keine Umfragen, aber das, was ich an Rückmeldungen bekomme und vor allen Dingen auch an Rückmeldungen von Wählern, die mir sagen, uff, die FDP, nee, aber sie wähle ich. Also eben jenseits der eigenen Klientel, was ja ohnehin mein Anspruch wäre, Oberbürgermeister für alle, überparteilich. Das lässt mich hoffen, dass die Chancen ziemlich gut stehen. Ziel ist in die Stichwahl. Können Sie eine Zahl sagen? Stichwahl? Ziel? Okay. Ziel ist in die Stichwahl zu kommen als der zweite. Ich gehe mal davon aus, der Amtsinhaber wird der erste in der Stichwahl sein mit mehr Stimmen als jeder andere Kandidat, aber es wird deutlich weniger sein als bei der letzten OB-Wahl. Und dann verteilt sich der Rest auf die anderen und ich hätte gern, dass ich neben ihm der zweite wäre. Lassen wir das stehen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Liebe Zuschauer, das war unser Live-Interview mit dem FDP-Oberbürgermeisterkandidaten Dr. Thomas Nietzsche. Am Mittwoch begrüßen wir hier Anne Petrich, einen parteilosen Kandidaten. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Widerschauen. Das war's k superst. Die Sendung im Auftrag zur nächsten۔ Ja. EINB-Oberbürgermeisterk Norbert Machen Sie es gut.